Strophys Psyche ist extrem gut, hat in den vielen Davis Cup Partien schon immer wieder bewiesen, dass er in wichtigen Situationen seinen Mann steht und auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Team alles gibt und insofern auch die wichtigen Punkte holt. Grundschläge sind, glaube ich, mit die härtesten des ganzen Teams. Er kennt nur Vollgas, es gibt kein Zurück, keine Handbremse, da ist Power pur. Fitness, glaube ich, kann ich das Davis Cup Spiel in Portugal anführen, da hat er einzeln, doppel, einzeln gespielt und in jeder Partie war er hundertprozentig da, also an der Fitness brauchen wir nicht zu zweifeln.